Auf, zurück, na, f*** dich. Ne, Hippie! Schon wieder? Gibt's ja nicht. Smash! Auf 15 Dharma, schau euch das an, 15 Dharma. Nicht Damage, sondern Dharma, alles klar. So, willkommen zurück zu Let's Play Earthbound Zero, beziehungsweise Mother 1. Und in dieser Folge gehen wir zum Friedhof. Wir haben ja ein bisschen Podunk erkundet und der Friedhof soll irgendwo im Süden sein. Habe ich gehört. Aber hier ist nur Wald. Da war ich irgendwas? Aber ja, ein random encounter, okay. Oh, Hippie, shit! Stirb! Oh, Smash, in die Fresse! Die Hippie-Musik, also, die ist genial. Der Hippie meditiert? Alter, was zur Hölle? Du willst mich nicht angreifen? Oh, shit, der smasht mich! Ja, okay. Ja, die Musik ist so genial! Ach, Damage, oh, der Hippie is down! Der Hippie kam wieder zu sinnen. Oh! PSI-Power? Was haben wir gelernt? Gucken wir mal! PSI? Ah, live up, cool! Wir können uns heilen. Das ist nicht schlecht. Yo, wir haben eine neue PSI-Attacke gelernt! Awesome! Und wo ist jetzt der verdammte Friedhof? Ne, falsch. Wir müssen irgendwie süden. Haben wir eine Map oder so? Kann man irgendwo eine... Oh, wir haben eine Map, cool! Toll! Ja, also, ich muss schon sagen, diese Map ist so detailliert. Ich weiß natürlich sofort, wo der Friedhof ist. Kann ich irgendwie... Nee, okay. Ist hier vielleicht der Friedhof? Was? Run to my counter on a Cree! Cool! Oh, ich drück B. Stirb! Geh zurück in dein Nest! Oh, 2 Damage, alles klar! 8 Damage? Ich weiß nicht, wie viel Life up bringt. Auf jeden Fall, PSI-Attacken verbrauchen PP. No Damage. Machen wir mal. PSI, Life up, Alpha. Krieg natürlich trotzdem schneller, wäre es gedacht. Trite. Oh, das ist nicht schlecht. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, was? Was zur Hölle? Was ist das für ein Arschloch? Der fängt einfach das Lachen an. Tja, dafür musst du jetzt schwer bezahlen. Alles klar, ist jetzt hier irgendwo der scheiß Friedhof? Ich glaube, ich bin falsch. Ich glaube, wir sind total falsch gerade. Map? Toll, was soll mir das sagen? Das ist eine scheiß Map. Ist das der Friedhof? Das ist nicht der Friedhof. Wo uns zum Teufel sind wir? Hallo? Wer bist du denn? Was bist denn du von alter Grumpy Dad? Glaubst du mir oder nicht? Aber ich bin ein Heiler. Für PP? Stone Illness kann näher heilen. Okay, das ist wohl irgendeine komische Krankheit. Was? Ich habe keine Stone Illness. Verpiss dich! Okay, ich glaube, wir sind wirklich falsch gerade. Hier ist kein Friedhof. Ich meine, wir sind voll außerhalb der Stadt gerade. Das kann nicht richtig sein. Wir gehen nochmal zurück. Oh! Na, komm her, Schlange. Du bist Kleinvieh. Intense Attack in die Fresse. 9 Damage. 2. Okay. Ich glaube, wenn es zukommt, wenn... Was? Fick dich! Ich glaube, wenn es zukommt, wenn die Kämpfe öfter kommen, dann werde ich das rausschneiden. Dann muss man das nicht immer angucken. Aber nur, wenn es wirklich sau oft kommt. So, friss meine Faust neben ein Plastikbett. Winter mitten im Plastikbett verprügelt blaue Schlangen. Super. So, wieder zurück. Auf, zurück. Na, fick dich. Ne, Hippie! Schon wieder? Gibt's ja nicht. Smash! Ja. Auf 15 Dharma. Schaut euch das an. 15 Dharma. Nicht Damage, sondern Dharma. Alles klar. So, können wir dich vielleicht 2-hitten? Das wäre geil. Schade. Oh ja. Die Musik ist genial. Stirb bitte jetzt endlich. So, der Hippie ist down. Er kam wieder zu Sinnen. Oh. Super. Und weiter geht's. Wir sind wahrscheinlich nah an Level 4 oder Level... Ja, Level 4. So, wo ist jetzt dieser verdammte Friedhof? Der muss irgendwo im Süden sein, aber... Wo wir gerade lang sind, war ja irgendwie falsch. Vielleicht gibt's irgendwie... Wer bist du? Ich kenn mir doch gar nicht. Jetzt renn doch dich wieder weg, Junge. Zombie! Was? Oh, shit. Was für ein Twist. Die Musik ist auch nicht schlecht. Hör dich das an. Aber was ist denn das für ein Mongo? Das war doch... Scratched. Elf! Junge, was ist das? Okay, wir werden hier geowned. Wir werden hier definitiv geowned in dem Kampf. Shit. Das ist ein Problem. Elf Damage, Alter. Es blinkt. Life up! 30. Wenn der uns smashed sind, wir haben Arsch. So Pseudo-Zombie. Was überhaupt nicht mal mit einem E-Hinten dran. Wahrscheinlich... Keine Ahnung. Vielleicht hat's nicht mehr reingepasst. So, Pseudo... Warum ist es ein Pseudo-Zombie? Der Typ, der sich aufregt, dass alle Zombies sind, ist ein Zombie. Oh mein Gott, Plot Twist. Oh, Alter. PSI. Shit, wir haben gar nicht genug PP dafür, oder? Nein, verdammt, ich Idiot. Wir sind tot. Wir sind tot. Ich friss das Brot. Dieser Charged, der... Ja, jetzt nochmal 12. Okay, wir sind tot. Was hurt and beaten. Aha, wir haben den Kampf verloren. Oh, der Game Overscreen. Ninten. Ninten. You seem to be worn out from the fighting. Continue? Ja, continue. Mit seiner Kraft wiederhergestellt. Die Kraft der Sterne. Ninten. Kam wieder an Kampfgedöns. Tu, was du kannst, Ninten. Wir sind wieder im Krankenhaus. So, jetzt... Müssen wir vielleicht erstmal ein bisschen leveln, um diesen Pseudo-Zombie zu töten. Ne, das hätte... Das würde schon gehen, eigentlich. Aber... Da sind ja eigentlich noch mehr Pseudo-Zombies. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu wenig PP dafür haben. Wir müssen leveln für diesen Zombie. Gut, das heißt, in dieser Folge geht's noch nicht auf den Friedhof. Aber den Typ! Na, das verzeiht dir nicht. Komm her, Junge. Ich prügel dir die Scheiße raus, du Wichser-Zombie! Pseudo-Zombie, draw near. Ne, die Fresse, du. Wir haben keinen PP, okay. Nein, jetzt werden wir den Kampf wiederverdienen, weil wir keinen Scheiß-PP haben, Mann! Das ist... Das ist assig. Warum haben wir keinen PP? Wo kriegt man das wieder her? Zwölf Damage? Junge, das ist für'n Arsch. Natürlich! Wir rennen weg. Der Kampf ist zum Scheitern verurteilt. Mach's gut! Elf, komm! Yes! Was?! Mann! Okay, wir sind unterlevelt. Er hat uns gebissen, dann müssen wir doch selbst zum Zombie werden. Okay, man sieht schon, früh im Spiel kommen solche Gegner, die einen einfach nur wegownen. Und wir sind schon wieder tot. Ja, ja, das hat er... Komm, halt die Fresse. Wenn wir Rest machen, kriegen wir da gleich das PP wieder oder so. Okay, wir sind wieder zurück im Krankenhaus oder so. Ne, warte mal. Telefon. Oh, cool. Ja. Ja, danke, Dad, ne? Hat uns Geld gegeben. 19? Irgendwas mit der... Was labert der? Nein, ich werde nicht... Slam! Okay, was machen wir jetzt? Wir müssen leveln. Das heißt, diese Folge endet jetzt hier und deswegen ist es ziemlich kurz. Und deswegen sage ich, ich werde jetzt übelst leveln. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Let's Play Earthbound Zero, beziehungsweise Mother 1. Mann, diese Folge war eigentlich voll für den Arsch. Und beim nächsten Mal leveln wir ein bisschen. Mal gucken, bis zu welchen Level werde ich es ungefähr machen. Bei der Pseudo-Zombie, der ist ziemlich stark. Und PP haben wir keins mehr. Gut. Ha. Also, das war jetzt die sinnloseste Folge Earthbound aller Zeiten. Und deswegen bis zum nächsten Mal bei Let's Play Earthbound Zero, beziehungsweise Mother 1. Ne, warte mal kurz. Wir können ja nochmal mit den restlichen Einwohnern sprechen, damit die Folge wenigstens nicht ganz sinnlos ist. In Podunk. Du nicht! Ist das nicht der Typ, der vorhin noch vor uns weggerannt ist? Du bist doch hoffentlich kein Zombie, oder? Du. Gehst du wirklich auf den Friedhof? Ja. Ich dachte, du wärst ein sensibles Kind. Okay. Geht's vielleicht da runter zum Friedhof? Kann das sein? Und du bist? Hehe. Du bist ein Zombie, was? Oh, Mann. Ihr wolltet mich doch verarschen. Ist es nicht der Typ? Das ist nicht der Typ. Ich würde mich doch fer' aus. Àsjadihe. Wir gehen. Wir gehen. комментарie. Wir gehen. Untertitelung des ZDF, 2020